Wir kommen nun zum letzten Tagesordnungspunkt. Petitionen. Der Sammelbericht zu Petitionen und Bürgerinitiativen zum Ende des Plenartags. Es geht von der schnellstmöglichen Zulassung und Empfehlung des Wurmmittels Ivermectin zur Behandlung von Corona über verpflichtende Erdkabel für 110 KV-Leitungen, die Abschaffung der Deutschförderklassen bis hin zum Nein zu einer Riesenschottergruppe im Herzen Gerasdorfs.